Und da sind wir auch schon wieder zurück zu Fallout 4 Mit mir Ben Hoshi, der gerade mal aufstoßen musste, tut mir leid Ja, irgendwie nervt mich das hier ein bisschen mit dem Regen, also machen wir es ganz einfach Ich werde mich einfach mal einen Augenblick mal hinsetzen und mal eine Runde dösen Ausrund ist das schön So, warten, wir haben es jetzt 4.43 Uhr morgens Eine Stunde, das ist 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, fangen wir mal früh morgens an Da geht die Sonne auf, ist das schön Komm, 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 noch ein Stück, noch ein Stück Na komm Wie lange geht denn hier eine Stunde So, na also Ach, automatisches Speichern auch noch gleich Naja, okay, so, stehen wir mal wieder auf hier Mein Gott, sieht unsere Kleidung aus, ey Regnet ja immer noch, ach du Heilige Na egal, gut, ähm, ja, Wasser, 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 Wasser Ja, guck mal, Wasser war nämlich hier unten irgendwo an einer Brücke, genau So, und eine Stelle, wo man gut bis zum Grund kommt Theoretisch könnten wir halt gleich hier lassen, weil, äh, ja Gut, äh, dann wollen wir mal ins Baumenü reinhauen Äh, und unsere Strukturen, Möbel, Dekoration, Energie Generatoren, Stecker, Schalter und sonstiges, nee Äh, Schutz, Ressourcen Das Wasser bei Ressourcen, nee, sonstiges, nee Oder doch Strukturen Nee Wo haben wir denn jetzt hier das Doch Energie Nee Nee Nee, 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 nee Nee, nee, also Wo haben wir denn hier die Stecker und Schalter Licht, sonstiges Nein Wir brauchen Schutz Nein Ressourcen Läden Herstellung Ja, das ist jetzt Ja, wie soll denn eine Wasserpumpe bauen Ressourcen sind ja nur Lebens Ups, nee Aber Wasser gehört doch zu Ressourcen, oder? Wasser Äh, bin ich bescheiden Ja So, ich würde ganz gerne die große Wasseranlage bauen Geht aber nicht Äh, das Ding können wir Produziert aber nur drei Wasser Also ein bisschen doof Also bauen wir mal die große Wasserpumpe Fragt sich nur wo Setzen wir es einfach mal hier hinten Hin Genau Und bauen Haben wir So, dieses Objekt So, dieses Objekt benötigt Energie Bevor es Ressourcen produzieren kann Bau ein Generator Und verbinden ihn Über Kabel mit dem Objekt Um es Äh, zu aktivieren Äh, okay Generator Dann muss ich wahrscheinlich an Oder höchstwahrscheinlich an Land Das sind Bäume, ich wollte gerade sagen Dann können wir die mal wegnehmen Weil die sind nämlich Schrott So Kaputte Bäume Wollen wir hier nicht Ist noch einer kaputt Aber wenn ich den Dann gehen die alle weg Und das ist blöd Also lasse ich die Gut, also Da hinten haben wir ihn Wir brauchen einen Generator Baue einen Generator Dann bauen wir mal einfach einen Generator Schutz Energie Da haben wir das Energie Sonstiges Nein, Generatoren Da sind sie Äh, da dumm, da dumm Äh, Kupfer 2 Kupfer 3 Keramik 1 Das ist aber so ein Riesending Den brauchen wir gar nicht Wir brauchen eigentlich nur den kleinen erstmal So Ne, können wir da oben nicht hinsetzen Schade Setzen wir ihn einfach hierhin Ja, haha So, was nu Äh, verlege ich jetzt ein Kabel Das ist vom Generator Zu dem Objekt Das Strom benötigt Okay Space Okay Die meisten Objekte Die Energie brauchen Können direkt über ein Kabel versorgt werden Kleine, kleine Objekte Wie Lampen benötigen Ach, Schande Nicht gesehen jetzt So, äh, okay Äh, Kabel anbringen Du hast das erste Objekt mit Energie versorgt Glückwunsch Ach, toll Äh, produziert 10 Wasser Ist doch wunderbar Reicht doch Äh, muss ich das Ding nicht nur einschalten jetzt? Ach, läuft schon, wa? Äh Nein So Das sieht doch funktionsfähig aus So, jetzt habe ich es aber ausgeschaltet Das sieht doch funktionsfähig aus Jetzt läuft doch, ne, also So, der Generator Oh, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los? Wow Was zum Teufel Teufel Ist denn das jetzt? Tschü Äh, da kriegt man ja Angst Ja, genau Jetzt wird mir auch noch einfach Wird abgezogen Ja, ein Energie Na, ist ja herrlich Ich versuche mich nützlich zu machen Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid ertrinken sehen Ich will nur ein bisschen handeln Achso, nee, wollen wir nicht Manche Tage sind hart Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen Okay Strahlungsgewitter, oder wie? Nimm's Marsi nicht übel Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art Okay Und wer hat dich gefragt? Achso So, aber wo wir schon mal hier sind Äh, Werkbank, äh, Waffe Hier So, wir können einfach mal meine Pistole ein bisschen besser aufmutzen Und, äh, dazu Nehmen wir nämlich mal Nee, die nicht Die auch nicht Die können wir eigentlich Achso, die ist ja schon weg Komfortgriff gehärtet Genau Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft Ich kann nur Standardmagazin Ach, Mann, ey Oh, verlängerter Lauf Hab ich hier nicht schon? Hab ich da schon, genau Ja, das ist jetzt natürlich die Frage Ob ich jetzt unbedingt ein Visier brauche, weil Krass Das Standardvisier, wenn ich mir gucke, von der Präzision her Das Problem ist, dass ich, äh Ja, das nukleare Material dafür brauche Und das will ich dafür ehrlich gesagt nicht, äh, verballern Ja, deswegen lass ich das mal lieber Den Komfortgriff hab ich auch schon Also, äh Das kann ich alles noch nicht Ach, ist doch traurig, ey So, wir können mal, äh Äh, achso Die Minigun Hohohohohohohohohohohohohohohohohooohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ey scheiße nein das wär's natürlich ähm taktische Minigall Kleber, Glas, Stahl also ich glaube auch das ähm Präzision 47 also das ist natürlich äh ja Geiswolf oh Hammer was ist das denn das wird also aus der Minigun okay da bin ich ja mal gespannt nein nicht verlassen so ähm Jagdgewehr nein ja gut dafür habe ich kaum Munition also das lohnt sich gar nicht äh bringt mir auch insofern überhaupt nichts außer dass ich wahrscheinlich dreimal aufladen könnte aber das ist ne dann lassen wir das mal lieber Jagdgewehr ist auch doof ne also das lassen wir mal weil das hat insofern keinen Sinn gut es hat auch wieder es gibt auch wieder gutes Wetter dann suchen wir mal den guten da hinten rennt da glaube ich oder ist das der komische ne der Typ ist der der fertig mit der Welt ist so wo ist denn dieser komische schon mal wieder hier ist okay da ist er hey Sturges Sturges okay echt beruhigend eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben ja ich weiß ich hoffe es ist okay wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte na klaro unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp wenn wir uns hier niederlassen müssen wir was anbauen was soll ich denn anpflanzen ist eigentlich egal Kartoffeln Mutterbeeren Mais was auch immer hier wächst okay was macht die da okay anpflanzen okay dann wollen wir das auch mal machen was hat denn der für eine Knarre im Maul hey hey Hund hey bleib doch mal hier hey was machst du mit der Knarre hier sag mal wie geht's dir Kumpel hey Junge hast du irgendwelche Tricks drauf hey hey okay okay also ja wie geht's dir Kumpel was soll's Junge hey 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 da hat das wie einfach eine Knarre im Maul ich glaub's ja so gleich wieder wegpacken das Teil brauchen wir alles nicht brauchen wir alles nicht Patronen 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 okay so da hier schon was zu essen liegt würde ich mal sagen machen wir hier auch wieder was zu essen hin also das ganze dann einfach von vorne so Energie äh Schutz Ressourcen Essen äh Karotten hab ich keine okay oh ich hab Mais okay setzen wir mal Mais hin hab ich keinen die Dinger hab ich die Dinger hab ich na die Dinger hab ich Vielen Dank. So, ja, mehr habe ich nicht. Okay, aber ich kann mir hier wieder... Scheint wirklich was zu werden. Schnappen wir uns gleich mal und pflanzen es wieder an. Ich hasse nichts mehr als Raider-Dreckssäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Ja, ja, ist ja alles klar, meine Kleine. So, Flaschenkirbis haben wir wieder. Packen wir gleich mal wieder dahin. Warte, ich hatte nur einen. Na gut, dann hatte ich halt nur einen. Ich konnte das doch... Ah, hier. So. Er ist in fünf Versorgung... Versorgelsiedler von Sanctuary mit Lebensmitteln. 100% super erledigt. Haha. So, ich hoffe mal, die bauen hier die Hütte mal ein bisschen schneller zusammen. So, und wo ist jetzt der gute Sturges? Dem will ich natürlich die gute Nachricht mitteilen. Der ist schon wieder irgendwo hier ums Haus rum. Da ist er. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Okay, was für eine Verteidigung? An was für eine Art von Verteidigung hattest du denn gedacht? Mauern, Sandsäcke, Geschütztürme, was auch immer du hinbekommst. Immerhin regnet es nicht. Gut, Mauern, Sandsäcke und Türme. Jetzt muss ich mal gucken, bei Verteidigung habe ich nämlich noch nicht so viel durchgeguckt. Ah, zack. Schutz, was haben wir denn hier? Wachposten. Geschütztürme und Schutzfallen. Flammenwerferfalle. Okay, cool. Wachposten. Okay, das bringt jetzt alles nicht so viel Schutz. Was haben wir hier? MG-Geschützturm. Könnte ich fünf von bauen. Hiervon könnte ich zwei. Geht aber nicht. Schweres MG. Ja, weil ich dafür wieder den Waffenfreak brauche. So, Lasergeschützturm. Kann ich auch nicht, weil ich dafür Wissenschaft brauche. So, Scheinwerfer. Okay. Schrotflintengeschützturm. Schwerer Lasergeschützturm. Oh. Raketengeschützturm. Ist ja übel. Okay, aber Scheinwerfer wäre ganz nett. Und, den geht nicht, den geht nicht. Ja, und das Ding. Okay. Gut, Sandsäcke habe ich irgendwie nicht. Also, würde ich mal sagen, knallen wir einfach mal hier ein bisschen was hin. Schalalala. Ja, gut, jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ich habe mir hier mal ein bisschen was von einem anderen Spieler hier abgeguckt. Und da werde ich mal die Verteidigung genauso machen wie der, weil das hat sich als recht interessant herausgestellt. So. So, drehen wir das ganze schöne Stück hier mal. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich hier ungefähr mittig hinkomme. So. Haben wir. Ist dein Verteidigungswert niedrig, steigt die Chance, dass deine Siedlung angegriffen wird. Du solltest versuchen, deine Verteidigungswert immer dem... Ja, so viel dazu. So. Blum, blum, blum. Da können wir nämlich hier draufsteigen jetzt. Und Geschütztürmer. Da machen wir nämlich einmal einen auf den hier. Einmal zack. Und einmal zack. So, jetzt haben wir schon mal das. Aber ich will eigentlich noch was anderes. Ich will eigentlich noch einen Scheinwerfer hier hinstellen. Aber das funktioniert so nicht. Ne, das lassen wir erstmal so. So, was haben wir denn jetzt? Also, Leute haben wir fünf. Essen haben wir fünf. Wasser haben wir zehn. Energie haben wir drei. Schutz haben wir zehn. Betten haben wir neun. Ja, benötigt Personen. Ja, klar. Gut. Haben wir. Äh, wo ist denn der gute Sturge? Das ist jetzt schon wieder. Der schraubt da immer noch rum. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen. In dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber... Ja. Ich glaub, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Ja. Ein Zuhause für dich. Nicht mein Zuhause. Helfe gern. Ne, was jetzt? Was jetzt? Tja. Jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überlegen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Tja. Abgeschlossen. Also, Century ist abgeschlossen. Komplett. Hier muss ich nichts mehr machen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. So, was haben wir eigentlich hier für ein Ding? Rüstungswerkbank. Hier könnte ich mal meine Rüstung ein wenig aufpeppen. Leder, Hanisch. Warum hab ich denn davon jetzt so viel drin? Ich brauch doch gar nicht so viel. Hm. Ähm. Dann werd ich nochmal hierher gehen. Das kostet hier alles nur unnötig. Hm, 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 hm. Na ja, die können wir auch mal wegpacken. Gut, äh, die Schlamm-Bohne können wir auch mal wegpacken. Die konnte ich jetzt auch nicht verpflanzen. Ja, die konnte ich auch nicht verpflanzen. Können wir auch so auf wegpacken. Gut. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Die brauchen wir weiterhin. Gut. Will ich jetzt nämlich mal gucken, hier mit meiner. Achso, ich kann eine Markierung dahin setzen, wo ich hin will. Okay. Oh, die sind nur zu 30% zufrieden. Sag mal, was seid ihr denn für welche? Hm, naja, okay. Die brauchen natürlich noch ein bisschen was zu mampfen. Museum der Freiheit. Concorde. Nein, halt. So, ich muss jetzt eigentlich da hin. Aber gut, ich will trotzdem erstmal ins Inventar gucken, was ich hier habe. Das ist alles so. Hm. Also da habe ich alles ein bisschen sehr wenig Schutz. Das müssen wir mal ändern. Also muss ich doch mir mal, man, ein bisschen was anderes holen. Aber ich denke mal, das werde ich jetzt mal so separat machen. Und ja, wir machen jetzt mal Schluss. Für heute zumindest. Ja, ich danke euch ganz herzlich. Bis zu sehen. Sag mal, du Sau, was machst du bei mir im Haus? Na, gucken wir mal. Okay. Ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Vergesst mir nicht, ein Däumchen nach oben da zu lassen. Und auch meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Würde mich zumindest sehr freuen. Und ja. Dann sehen wir uns dann morgen oder auch in einem anderen Video. Euer Benorschi. Tschö, tschö.